Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend oder wann auch immer ihr das gerade hier seht. Hier ist Kai aus der Wunderkessel Küche. Willkommen zu einer neuen Folge von Basisrezepten aus dem Wunderkessel Forum. Heute mache ich für euch Kartoffelbrei. Ein Gericht das in keiner Küche fehlen darf und das wirklich sehr sehr einfach zuzubereiten ist mit dem Thermomix. Alles was ihr braucht sind 800 Gramm Kartoffeln. Am besten nimmt man natürlich mehlig kochende Kartoffeln. Ich habe leider keine mehr bekommen aber dazu komme ich gleich. 800 Gramm, die schneiden wir schon mal hier so in kleine Stückchen, kommen hier in den Kessel hinein. Dann 50 Gramm Butter, 400 Gramm Milch oder 400 Milliliter was das gleiche ist, ein wenig Salz so ein bis zwei Teelöffel. Auch hier wieder wie immer die Devise lieber weniger und anschließend nachwürzen. Ein bisschen Pfeffer auch wirklich nur eine Nuance und ein klein bisschen Muskatnuss. Ihr wisst es gibt Leute die mögen sehr gerne Muskatnuss. Leute die mögen das überhaupt nicht so deswegen auch hier so die Menge so ein bisschen an den persönlichen Geschmack anpassen. Das ganze wird jetzt 25 Minuten auf Stufe 1 bis 2 mit 100 Grad gekocht. Je nach Kartoffelsorte kann das auch länger dauern. Müssen wir halt zwischendurch überprüfen. Ich mache jetzt erst mal 25 Minuten dann gucken wir rein und wir machen keinen Messbecher drauf aber als Spritzschutz setzen wir jetzt so diesen Siebeinsatz oben drauf. Also wie gesagt die Garzeit die müsste so ein bisschen an die Kartoffelsorte anpassen. Auch je kleiner die Kartoffeln geschnitten sind umso schneller sind die natürlich gar. Es kann sein dass wir mal zwischendurch auf 90 Grad zurückdrehen müssen weil auch hier kann das je nach Kartoffelsorte ganz schön schäumen wenn das erst mal anfängt zu kochen. da muss man entweder die Rührstufe ein bisschen hoch, die Temperatur ein bisschen runter. Also das ist jetzt kein Gericht das man einfach laufen lassen kann sondern da muss man ein bisschen ein Auge drauf behalten. Als kalorien reduzierte Variante könnt ihr natürlich statt der Milch auch Gemüsebrühe nehmen und da einfach noch einen Schuss Schlagsahne mit rein machen. Aber ja ich esse halt auch gerne. Ist egal. Machen wir so. Es klingelt. Ich würde gern mal testen ob das irgendwann ausgeht aber ich habe nicht die Nerven das länger als zwei Minuten klingeln zu lassen. Außerdem wird dann irgendwann unser Püree kalt. Ich muss aber jetzt erstmal schauen ob es auch wirklich durch ist denn ich habe ja die fest kochenden Kartoffeln genommen weil ich keine anderen mehr bekommen habe. Das sieht schon mal gut aus. Auf jeden Fall. Es hat noch ein bisschen Biss. Ich würde das jetzt noch einmal pürieren so 3-4 Sekunden auf Stufe 4 leider vielleicht sogar 5 Sekunden und dazu aber jetzt noch mal den Messbecher aufsetzen. 5 Sekunden Stufe 4 das passt. Einmal noch mal durch mischen. Klingeling und das sieht doch schon richtig nach Püree aus. Kartoffelpampe. Nein, ich zeige euch das jetzt mal. Also für mich eigentlich die Konsistenz die Püree haben muss. Nicht zu flüssig, nicht zu fest. Es sind auch noch ein paar Stückchen drin. Das finde ich eigentlich sehr angenehm und geschmacklich ist es auch optimal mit dem bisschen Muskat. Also ich muss sagen So muss Kartoffelpüree schmecken. Ich finde es wirklich gut. Ist jetzt nicht weniger oder mehr Arbeit als wenn man es herkömmlich macht. Das einzige was man halt echt spart ist das stampfen bzw. den Zauberstab da irgendwie rein zu halten. Das geht im Thermomix wirklich optimal von selbst. Also wunderbar. Super Beilage zu Kohlrouladen oder Rinderrouladen oder auch zu anderen Gerichten. Ich finde es sehr gut. Probiert es einfach mal aus. Wenn man mag, kann man jetzt noch einen Schuss Sahne dazu machen vielleicht. Aber das braucht es wirklich nicht. Ihr könnt mir gerne schreiben ob ihr da noch Ideen habt wie man das vielleicht sogar noch ein bisschen aufpeppen kann. Keine Ahnung. Ich mag das genauso wie es ist. Es ist nur Kartoffelpüree aber ein sehr sehr gutes. Ich sage tschüss bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße an euch alle und guten Appetit. Ciao!